Ja, Hallöchen und Willkommen zurück. Wir sind wieder bei Let's Play Geheimakte Tunguska. Wir haben hier gerade eben diesen coolen Gang gefunden, diesen Geheimgang. Und übrigens ist das doch dasselbe Symbol, was auch im Tagebuch schon zweimal zu sehen war. Einmal auf diesem Amulett, dann auf dem einen Foto von dem kleinen Mädchen am Anfang. Und der Kanski hatte das doch dann auch um den Hals, oder? Wo der da tot war. Ich bin der Meinung, da hattet ihr dann auch so ein Amulett drum. So, ach du meine Güte, das sieht echt cool aus. Von da unten kommt dieses Licht, welches den Raum in eine so seltsame Atmosphäre taucht. Das ist schon krass. Was für ein Licht ist das? Es wird der Absturz eines riesigen, unförmigen Objekts dargestellt. Die abgeknickten Bäume rund um die Absturzstelle erinnern ein bisschen an Fotos, die ich mal von der Tunguska-Region nach der Katastrophe 1908 gesehen habe. Das wird gut möglich sein, dass das auch sogar damit gemeint ist. Was ist hier? Kleine Männchen laufen vor einem unförmigen, riesigen Objekt in eine Höhle davon. Diese Linien und Kreise sehen fast genauso aus, wie die Zeichnungen, die Manuel Perez in Kuba gemacht hat. Ja, stimmt, ich erkenne es wieder hier. Mit dem Kreis und diesem Pokéball-ähnlichen Ding da. Das ist doch das, was der Perez da aufgezeichnet hat. Was hatten wir dann hier noch? Wir haben hier noch eine Steinplatte. Das ist bestimmt das nächste Rätsel. Ich sehe es doch von hier aus schon. Und der Kopf aus Stein. Der Kopf wurde direkt aus dem massiven Fels rausgehauen. Ist schon krass. Okay. Gut. Dann mal schauen. Ich würde sagen, wir widmen uns dem Rätsel. Ah, das fängt ja gut an. Oh Gott, das erinnert mich an das Rätsel im Zug. Oh Gott, da habe ich ja auch nur durch Rumprobieren geschafft. Ja, oh Gott, nein, bitte nicht. Ah, Stein, Stein, Nische. Also das sind die leeren Plätze und die müssen wir... Okay. Sagt sie da irgendwie was dazu? Gar nicht. Mein PC ist wieder hier am Rummeckern. Mäb, 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 mäb. Okay. Ich würde das jetzt ungerne einfach so probieren. Das dauert dann immer deutlich länger. Ja, wir brauchen doch irgendwo eine Anordnung oder so. Ich bin am überlegen, ob ich mir die Rätselhilfe anschauen soll, weil ich möchte immer nicht, dass sie zu viel verrät dann über das Rätsel. Aber ich mach's mal. Sternzeichen? Sternzeichen? Okay. Die Lösung dieses Rätsels findet sich im Reisebericht des Wissenschaftlers Evans. Wo? Und das steht in den Sternen. Okay, gut, dann lesen wir es dann doch nochmal. Äh, so. Ein Auszug aus dem Reisebericht eines... Ja. Gut. Ähm. Das hatten wir gelesen. Dann lese ich doch nochmal die... Ja, es waren ja nur... Nur zwei. Ach, oder hier. Ähm. Ich zeichne mir das mal eben auf. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich ist der große Stein dieser rote. Und dann so. Und so. Dann die zwei runter. Dann noch ein dritter. Dann zur Seite. Und schräg. Oh Gott. Äh, ich versuch das erstmal so. Und wenn es dann doch nicht geht, dann lese ich doch nochmal den Rest durch. Weil ihr habt ihn ja eventuell schon gelesen. Ich aber noch nicht. Ich hab nicht auf Pause gedrückt und gelesen. So. Wir versuchen es jetzt erstmal so. Okay. Wir haben so viele. Ich würde sagen, das ist der große Kreis, den wir hatten. Dann würde ich sagen, eine frei immer. Oder? Nee, da müssen ja drei runter. Dann passt das mit denen nicht. Dann mach ich mal direkt drei runter. So. Dann einen schräg runter und einen ganz runter. Auf der anderen Seite genauso, würde ich sagen. Dann hier und dort. Und da. Aber was ist mit dem letzten? Nee. Hä? Ich hab jetzt aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Steinchen aufgezeichnet. Oder elf Punkte. Ja, und das sind ja zwölf mit dem einen Stein. Oder kann man den bedecken? Nee. Das ist ja jetzt... Blöd. Oder ist ja einer zu viel. Das ist ja jetzt echt... Echt kacke. Mano. Ein Auszug. Ah, das ist gut. Dann muss ich aus dem Rätsel nicht raus. Hier nochmal. So. Ich hatte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ach so. Den da hab ich, glaub ich, nicht. Oder? Ich glaub, den hatte ich nicht mitberechnet. Also hier. Haha! Okay, dann hat das doch geklappt. Gut, musste ich jetzt doch nicht lesen. Huh. Was ist das denn? Eine Steinscheibe. Hm, sieht aus wie hier. Merkwürdige Scheibe. Sieht eigentlich eher unscheinbar aus. Aber sie fühlt sich warm an. Und ich hab das Gefühl, als ob irgendeine seltsame Energie davon ausgeht. Ich werd sie mal Olek zeigen. Vielleicht hat er ja eine Idee, was wir jetzt damit machen sollen. Oh, alles klar, so, ähm. Olek, zu dir wollte ich gerade. Ich sehe, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns nicht in dir getäuscht. Danke. Was meinst du mit... Das erklär ich dir später. ... Ist das wirklich nötig? Na ja, schon ein bisschen schade um den süßen Hintern. Aber mit ein bisschen Glück bleibt er im Eis ja auch noch etwas länger frisch. Und jetzt dreh das Wasser auf. Okay. Kommt nichts. So ein Dreck ist das verdammte Ding schon wieder kaputt. Lass uns mal nachschauen, woran es liegt. Wir sollten uns aber beeilen. Der Prototyp ist nämlich so gut wie einsatzbereit. Und der Chef wartet schon auf uns. Und die Kleinen? Sind ja nicht ewig weg. Wir kümmern uns später um sie. Hier fehlt ein Teil. Sieht aus, als ob es rausgerissen wurde. Sabotage? Könnte durchaus sein. Kümmere dich drum. Ich muss zurück zu unserem wissenschaftlichen Genie. Geht klar. Oh Gott, mir tut alles weh. Und mir ist tierisch kalt. Wo bin ich hier eigentlich? Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass Oleg mich niedergeschlagen hat. Aber wieso? Ich hatte wirklich gedacht, dass ich ihm vertrauen könnte. Wieder mal falsch gedacht. Oh, wow, krass. Oleg, warum denn Oleg? Das wusste ich gar nicht mehr. Oh, krass. Wow. Und, und, und Leute, ich erinnere mich an diese Szene. Wir neigen uns dem Ende zu. Wir, oh, krass. Uiuiui. Oh, und der wollte, die wollte die jetzt echt, oh. Oh, ich bin gerade echt baff. Bäm. Ja, genau so. Erneuter Verrat. Irgendwo in der Kälte. Ja, wir wissen gerade gar nicht, wo wir sind. Nina hat tatsächlich eines der sagenumwobenen Artefakte der Zopa gefunden. Aber sie ist nicht die einzige, die ihr Ziel erreicht hat. Offenbar hat auch Oleg sie die ganze Zeit nur benutzt. Sobald sie das Artefakt in den Händen hält, schlägt er sie von hinten nieder. Ach, du Kacke. Und hier ist ein, ein Pümpel? Heißt er nicht Pümpel? Egal, wir nehmen es auf jeden Fall mit. Mit so einem Ding kriegt man verstopfte Klos wieder frei. Toiletten, bitte, Nina, Toiletten. Aber, ach, es hat gar kein Sauggeräusch gemacht, so. Schade. Ich bin immer noch ein bisschen baff, gerade von der Situation so und den Geschehen ist. Ach, die Tür ist auf, cool. Ist das richtig so? Egal, wir gucken erst mal hier. Eine Wanne mit heißem Wasser, ein Glas Rotwein und jemand, der mir den Rücken massiert. Ich glaube, ich will nach Hause. Okay, ich habe mir erst gedacht so, hä, was sieht die denn da, aber... Da kommt kein Wasser raus. Tja, wir wissen das schon. Aber du noch nicht. Wir sind dir immer voraus, Nina. Wir sind dir immer voraus. Eine Videokamera im Bad? Hier würde ich nicht duschen wollen. Da komme ich nicht ran. Hm. Und lauter Eiszapfen. Was ist das? Ein Papier... Ach, das sind Papierhandtücher. Ah, okay. Stimmt, jetzt erkennt man es auch. Und alles vereist hier, ey. Extra weich und flauschig. Dreilagig. Oh. Können wir die mitnehmen? Ja. Ähm. Drei Stück. Extra weich und... Ja. Okay. Können wir den vielleicht da an die Kamera werfen? Nein. Dann gehen wir erst mal raus hier. Ja, und boah, wir neigen uns echt dem Ende zu. Das ist ja krass. Uiuiui. Bohrmaschine? Hä? Leute, das sieht doch null aus wie ne Bohrmaschine. Okay. Eine stationäre Bohrmaschine. Steckt ein Metallbohrer drin. Ah, okay. Na gut. Aber der ist bestimmt eingefroren oder irgendwas. Den können wir wetten. Dass wir den nicht benutzen können. Sie funktioniert. Oh, falsch gelegen. Haha. Gut. Das haben die jetzt nicht gehört. Wir sind gar nicht da. Ich nehm mal alles mit, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Nina, das machen wir doch schon das ganze Let's Play über so. Eine Metallplatte. Das hab ich doch von dir so gelernt. Ja, die Metallplatte nimmst du bitte auch in deine Jackentasche mit. Okay. So. Braves Mädchen. Was ist denn das hier? Ach, nochmal ein Schraubstock. Ein Schraubstock. Standardausrüstung jeder halbwegs gut ausgestatteten Werkstatt. Ja, und mein PC kann ich einmal leise... Ach, seht mal, ein Schlüssel. Könnte so eine Art Generalschlüssel sein, der in der Werkstatt dann bei Bedarf nachgemacht werden kann. Und den nehmen wir mit. Den brauchen wir auf jeden Fall. Jawohl. So, und ich möchte mal gleich gucken, ob wir mit der Platte hier irgendwie was bohren können. Keine Ahnung wofür, aber... Wir testen es doch mal. Der Rohr schlägt Funken auf der Metallplatte. Binofunken. Okay. Ach, ich hab mir gar nicht angeguckt, was wir jetzt hier aus dem Schrank rausgekramt hatten. Was war das denn? Ein Gewindeschneider. Ich hab eine vage Vermutung. Damit kann man Gewinde schneiden. Ich weiß, sehr gewagte Vermutung. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Boah, meinst du echt, Nina? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, damit schneidest du eher Gewinde und nicht damit, dass du damit Gewinde schneiden kannst. Was? Irgendwas. Schön. Erinnert mich an das Teil, das ich in Moskau am Bahnhof gefunden habe. Scheint mittlerweile in Serienproduktion gegangen zu sein. Jetzt sogar mit Gummi-Ummantlung am Griff. Ähm, ich bin gerade am überlegen, was hat die Situation da im Bahnhof gefunden, was so aussah. Ich komm gerade nicht drauf, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall find ich die Beschreibung von diesem Ding echt wunderbar. Irgendwas. Und Silikon. Damit kann man Fenster abdichten. Oder Rettungsschwimmerin im Fernsehen werden. Oh. Ach so. Cool. Ja. 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 Du brauchst nur noch einen roten Badeanzug. Ja. Also das sprüht nur Funken. Wir brauchen anscheinend noch irgendwas anderes. Was ist denn das? Ein Brutkasten. Und was wird da gebrütet? Sind das Pflanzen? Oder sind das irgendwie, sieht eher aus wie Kragen. Aber das kann ich mir weniger vorstellen. Durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Öffnen lässt sich das Gerät wohl über das Tastenfeld. Mal wieder. Ähm. Ja. Ach, da soll das Ei sein, oder? Da? Okay. Die Zahlenkombination kenne ich nicht. Und wenn ich die Scheibe einfach zerschlage, wird der Inhalt durch die herunterfallenden Glassplitter wohl auch gleich mit zerstört werden. Dann möchte ich mal probieren mit dem Gewindeschneider. Geht das nicht? Gut. Dann habe ich eine falsche Vorstellung wahrscheinlich davon. Ich dachte, jetzt können wir ein kleines Loch reinschneiden mit dem Pümpel. Weil ich bin der Meinung, es heißt Pümpel und nicht Pümpel. Weil Pümpel klingt eher wie Tümpel. Hahaha. Gut, hier haben wir aber nichts mehr übersehen. Weil die Dinger können wir ja jetzt hier schlecht verwenden und den Schlüssel erst recht nicht. Nein. Dann gehen wir mal erstmal durch die Tür hier. Die Tür ist verschlossen. Aber wir haben den Schlüssel. Yeah. Aber wir können da nicht durch, wenn du davor stehst, Nina. Das Schloss ist völlig vereist. Den kriege ich da nicht rein. Oh, Mist. Liegt hier vielleicht irgendwo ein kleiner Flammenwaffe rum? Das wäre doch mal cool. Geht es hier vielleicht hinten weiter? Nee. Ach, die kommt hier noch nicht mal hin. Ist ja auch schön. Klick, 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 klick. Gut. Können wir jetzt irgendwas mit der Kamera machen? Oder das Silikon irgendwie mit dem Zeugs verbinden? Nee. Und wie kriegen wir das Tor aufgetaut? Getaut. Ah. Ich hab nicht wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Okay. Ich dachte, du kannst das einfach nur so... Weiß nicht. Ich hab ja jetzt gedacht, die packt ihn einfach nur dann rauf auf den Abfluss. Und vielleicht kriegen wir ja irgendwann später Wasser. Und dann soll das halt nur nicht ablaufen. Hätte ja sein können. Tut mir leid. Gut. Ach ja, klar. Wir haben noch den Schraubstock. Wir machen einfach das Irgendwas mit dem Schraubstock. Uh. Verbogenes Irgendwas. Auch sehr schön. Hinten Griff mit Gummi dran, vorne verbogene Gabel. Hübsch. Hast du fein gemacht. Können wir das jetzt irgendwie verwenden? Schau mal, mit dem Schlüssel. Na nü. Muss ich das jetzt verstehen? Das Schloss ist völlig... Nee, das war jetzt auch ein bisschen komisch. Hä? Muss ich das verstehen? Mit dem Metallstück? Das muss doch jetzt nicht verstanden werden, oder? Interessante Konstruktion. Ja, sehr interessant. Ich verstehe es nur nicht. Und was machen wir jetzt mit der Metallplatte? Das hat ja nur Funken gesprüht. Der Bohrer schlägt Funken auf der Metallplatte. Bist du nicht so laut, Nina? Die hören dich doch. Nee, aber das können wir nicht machen. Die können wir auch... Doch, die können wir wieder rausnehmen. Vielleicht müssen wir erstmal was damit bearbeiten. Vielleicht... Keine Ahnung. Vielleicht... Nee, das klappt alles nicht. Wasser haben wir ja nichts. Und hier mit dem Brutkasten... Wir haben ja keine Kombination. Aber ich würde es trotzdem gerne ausprobieren. Und irgendwas zum Aufwärmen für das Schloss brauchen wir. Durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Die Zahlenkombination kenne ich... Nee. Gut, das klappt soweit nicht. Das ist ja schade. Dann gehen wir nochmal hier rein. Die Folge wird ein bisschen länger. Ist aber nicht schlimm, denke ich mal. Ich habe jetzt gerade einfach mal so Lust weiterzumachen. So, 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 so. Nein, nein. So, der Hahn geht ja nicht. Ach, das gehört ja noch zur Badewanne. Mit der Kamera irgendwie. Das macht ja auch alles keinen Sinn. Aber hier können wir nur noch die zwei Sachen angucken. Und untereinander kombinieren. Geht er jetzt... So auch nicht. Nee. Und mit dem Schraubstock konnte man jetzt nichts weitermachen. Und mit dem können wir nur die Platte wieder zurück. Aber ich bin der Meinung, wir müssen die vorher irgendwie bearbeiten. Sonst wird es immerhin immer weiter nur Funken sprühen, denke ich mal. Aber so können wir jetzt nichts mitmachen. Und die Tür, da kommen wir ja auch nicht rein. Ist auch alles so sinnlos, was ich hier mache, aber... Ich sage ja gar nichts mehr, ne? Weil ich meine, wir mussten eine Regenrinne auf eine Streckbank legen. Also... Dann guckt bitte nicht mehr so komisch, wenn ich irgendwas Sinnloses versuche hier. Könnte ja immer noch sinnvoll sein. Ja, das stimmt. Das hatten wir ja schon sowieso. Ein Bohrer. Wir können irgendwie ein Loch machen. Aber wofür? Ist im Schrank... Nee, im Schrank kann man ja nichts mehr... Nur noch unnützes Zeug drin. Ja, das sagst du. Aber ich würde auch mal gerne einen Blick reinwerfen. Ach, nur mit dem Pümpel? Hey, habe ich das nicht versucht? Ach so rum. Nee. Mit dem Schlüssel kratzen? Durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Die Glasscheibe kriege ich mit dem Pümpel nicht rausgerissen. Ich nehme ihn einfach mal wieder mit. Nee, du musst es ja erst mal dann... Also ich dachte, sie muss es erst anschneiden und dann mit dem Pümpel irgendwie rausziehen. Aber... So rum macht sie das ja nicht. Nee, die Glasscheibe kriege ich mit dem... Ja, nehme ich mal wieder mit. Aber andersrum hat sie es doch auch nicht gemacht. Oder wie so, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt doch echt doof. Und wenn wir die Platte jetzt einfach nochmal zurücklegen... Hm. Das ist ja... Blöd. Ich packe den Pümpel einfach nochmal drauf. Oh, aber sie hat ja irgendwas mit einer Zahlen-Tasten-Kombination gesagt. Und womit können wir denn sonst schneiden, wenn nicht mit sowas hier? Außer sie schneidet irgendwas aus der Metallplatte raus. Aber sie kann da nur rein bohren. Von daher... Hm. Und mit dem Schraubstock geht hier ja nichts mehr. Äh... Ja. Das ist echt fabelhaft gerade. Und wozu die Papiertücher? Ach, natürlich mit der Metallplatte. Ach, wie blöd bin ich denn? Warum habe ich das denn nicht gleich versucht? Ist ja total offensichtlich. Wir legen alle gerne Papiertücher einfach mal auf eine Metallplatte und bohren dann. Der Kuntenschlag des Bohres hat das Papier in Brand gesetzt. Wie, wir haben Feuer gemacht. Ähm, ja, gut. Wir könnten das für hier drüben zum Aufwärmen nehmen. Aber wie kriegen wir das jetzt hier rüber? Oder müssen wir den Schlüssel erhitzen? Ha. Ach so. Ich erfriere gleich. Aber zumindest ist dem Schlüssel jetzt schön warm. Ach so. Okay, gut. Dann war das halt so rum. Na gut. Der heiße Schlüssel schmilzt das Eis. So. Jetzt ist das Schloss offen. Alles klar. Gut. Dann sage ich jetzt trotzdem an der Stelle mal Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Schauen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.